Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ESO. Wir waren ja dabei abgestorben. Endlich da oben hier diese paar... ...öhrkleinen zu holen. Oh, wie wird... ...gaul! Die werden wir uns jetzt mal vorknöppen. Irgendjahr, ich bin in Ruhe. Weg. Die ist jetzt weg oder kommt die hinterher? Das Knüppel, Junge! Wie kommt der Knüppel? Der war schuld. Ah, läuft du weg. Macht sie wieder auf den Staub, die Fallgeschweine. Ich habe heute so richtig schick gemacht. Richtig hier, Einzug und Fliege. Hä? Wo, die Rundschwache für euch, ja? Feld umvorgestanden. So. Klacka, schuldet den Weg. Was ist hier los? Hier gibt es Ärger. Also muss ich aufräumen. Tag. Und weg. Würdet ihr einer da... Woher in Shores Namen seid ihr denn gekommen? Wie auch immer. Helft mir aus diesen Fesseln. Was ist euch zu stoßen, Mäutchen? Ich habe mich nur zum Spaß gefesselt. Wonach sieht es denn aus? Ich wurde von Orks gefangen genommen. Schneidet mich los. Ich habe eine Idee, wie ich es diesen schweinsgesichtigen Schneerücken heimzahlen kann. Ich schneide euch los, Popper. Begonnen, einbrechen. Ups, falscher Knopf. Ich wollte nur quatschen. Viel besser. Dafür schulde ich euch was. Was nu? Ich bin wütend, weil ich mich von diesen Milchtrinkern habe gefangen nehmen lassen. Milchtrinkern? Ich bin Ihnen etwas schuldig. Wollt ihr mir helfen, ihre kleine Invasion von Morrowind abzuwehren? Schüppte ich da etwas vor? In der Tat, ja. Die Orks haben Zunderpech dabei. Das konnte ich riechen. Wahrscheinlich, um Elfenhäuser niederzubrennen. Tötet ein paar dieser Schneerücken. Sammelt ihr Zunderpech und werft es dann auf ihre Fackeln in ihren Versorgungsverschlägen. Das wird ein Spaß. Hm, was sollt ihr machen? Ich werde mich noch etwas umsehen und darüber nachdenken, wie unser nächster Schritt aussieht. Trefft mich an den großen Toren, nachdem ihr die Versorgungsverschläge in Brand gesteckt habt. Alles klar, das wird doch ein Spaß. So, aber wir wollen auch die Befehle. Unser eisenharter Schwur. Denkt an unseren Schwurbrüder und Schwestern der Schwergeburten. Köpft die niederträchtigen Elfen, um den Vertrag zu erfüllen, den unsere Ehrenwerde des Stammesfürsten geschlossen hat. Bla, 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 ja. Toller Vertrag. Toller doll, ich zeig mal her. Die kann ich nicht geben. Klasse. Na gut. Kurz mal auf die Karte geschaut. Sammelt Zunderpech. Was ist denn Zunderpech? Keine Ahnung. Naja, ich probier's weiter auf. Was soll's? Alles rum jetzt. Geht doch. Würzsack? Soll ich bestimmt nicht nehmen, die Würzsack? Hier ist noch ein altes Buch. Aber das möchte ich nicht lesen. An alle herbar. Das sehe ich nicht. Liegt sich lesen. So, hier noch ein Pfarrer. Zack, zack, zack. Ey. Bam. So. Irgendwas stimmt mit meiner Maus nicht. Maus. Maus, das stimmt mit dir nicht. Ah, ich glaube, sie ist leer. Moment, ich muss mal kurz die Batterien wechseln. Dafür muss ich mich ja kurz hier in Deckung stellen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und alles ist wieder toll, oder? Ey, was soll denn das? Ging doch jetzt gerade. So. Haben wir uns wieder eingekriegt? Ich hoffe, wir will nicht rastig aus. Hier ist ein Lichtstubtopf. So. Mein Kopf? Sie haben mir den Kopf. Ihr könnt mich sehen, Außenseiter. Ich flehe euch an. Hälfte mir. Was ist zugestürtet? Meine Anhänger und ich kamen hierher, um einer großen magischen Erschütterung nachzugehen. Wir wurden von Kralek-Groh-Vortrag, einem orkischen Nekromanten, aus dem Hinterhalt überfallen und überwältigt. Oh nein. Wir wurden gefangen genommen. Wir wurden enthauptet. Ihr Köpft war oben. Kralek setzt die übelste Nekromantie ein, um unsere Seelen an unsere Schädel zu binden. Meiner liegt auf seinem düsteren Altar. Die Schädel meiner Anhänger wurden unter den Orks verteilt und ihre Seelen als Sklaven eingesetzt. Er quält und foltert uns ohne Unterlass. Ich werde die Schädel zurückholen. Ja, das könnte klappen. Findet die Schädel und bringt sie zu Kraleks Altar. Wir mögen tot sein, aber wir haben nicht all unsere Macht verloren. Wir können Kralek zu euch locken. Da habe ich mir ein paar Fragen gestellt. Ja, außenseite. Möchte ich aber nicht ganz ehrlich. So, ja, das ist ein miese, miese Orks. Und das habe ich schon mitgekriegt. So, jetzt aber. Was haben wir hier? Ist das hier so ein... Kochtopf. Das können wir euch nie zurückzahlen. Oh, fuck, fuck, fuck. Ihr miesen Pinnisse. Zack. Oh, schön. Was war denn der Rezept? Pfeffermelode. Hm, schmack auf. So, aber hier oben haben wir noch Orkiala. Orkiala Co... Orkial Co's Erz. Orkial Co's Erz. Was weiß ich. Daraus gibt es eine dicke Schneue-Bachen, die uns schön knüppeln lassen. So. Oh. Du Lumpf. Stirb. So, habe ich jetzt... Ja, ich habe was gefangen. Sauber. Jetzt kann ich diese Vorschläge verbrennen. Ich wieder hin. Oh, es kommt jetzt Pinnisse. Oh, hat mir angegeben wieder. Bam, bam, bam. Ich muss nicht weglaufen. Oh, hier muss aber einer. Blut muss fließen. Na egal, jetzt sind wir den Verschlag an, oder? Renne! Sehr schön. Geh mal noch einen Ohrkopf. Äh, einen Elfenkopf. Danke, dass ihr uns befreit habt. Warum denn den Kochtöpfen, Mann? So ekelhaft. Hier ist noch ein unserer Schwur. Sammelschäle. Aha. Alles klar. Der werde mich jetzt durchmetzeln, Stück für Stück. Siehst du, wieder einen neuen Stabpfund. Geil. Alter, ihr Lumpensäcke. Immer drauf. Bam, bam. Kommerdo. Das ist ein Bogen. Er wird am Brust. Liegenbleiben. Verzauberungsgegenstand. Kann ich aber noch so mit dem Verzaubern. Süße erleichtern. Mal kurz gemacht. Maximal Leben. 154. Ihr werdet. So, kann ich meine Waffenverzaubern. Wiesenverzaubern. So, habe ich hier was Neues. Eichenfroststab. 394. Ist der hier? Boah, ist der gleiche, ne? So ähnlich. Ja, also tut sich gar nichts viel. Ach, das ist ein Halsstab. Ne, das ist ein Blöder. Halsstee ist nicht so toll. Also, ich bin nicht so toll. Wieder her, erlaubt nicht weg. Wer weckt, der Penis? Ah, hier noch ein feines Eisenerz. Nehme ich alles mit. Alles her mit, mehr mit. So, auch dein Joel hätte ich hier an, Jünger. So. Und weg mit dir. Hey, lauf du dich wieder weg? Wir können sie wegzulaufen. Willst du denn? Zack, liegen wir. Und den Beschlag anzünden. vor allem. Blub-blub-blub-blub-blub-blub blubblub. Blub-blubIND war vor die Hinlage. du Penis Führung noch ein paar Schädels die Alter benutzen gleich landet euer Kopf dort auf diesen Schädelhaufen willst du ich gebe dir jetzt soll ich aber alles was ich habe los war alter Lumpen spricht mit Idra Susi da hängen er Kralik ist tot und unsere Geister sind frei ja ich habe gerade getötet wir sind frei geht in Frieden mit unserem Segen Flammenstab Dankeschön so den Flammenstab den nehmen wir doch gleich mal hier unseren Reichen Heilungsstab Heilungsstab ist irgendwie miese Scheiße mag ich nicht so da haben wir hier unten noch ach hier unten ist ein Versorgungsschlag ok da kommen wir von hinten zack 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 und zünden gleich von hinten an ok nischt zünden noch an zack und brenne alles klar jetzt kann ich mit dem Mäuschen draußen sprechen hey du bist du Ärger musst du nochmal sterben krachten ist ich doch noch was denn tot liegen bleiben so jetzt müssen wir mal den Stab ausprobieren wuuuuh der haut ja mächtig rein gefällt mir oh liegen bleiben oh der Stab ist super der macht ordentlich Damage Aisha Aisha naja damit und hier haben wir noch ein bisschen Erz ja schön 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 Feinig 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 so quatschen wir hier mal mit der alten gleich mal Mausi schaut euch die tanzenden Flammen an habt ihr alles angesteckt er ist erledigt die Vorrede stehen richtig schön in Flammen gut diesen Orks wird es noch leid tun dass sie mich gefangen genommen haben wir Nord wissen ein schönes warmes Feuer zu schätzen oh ja oh ja diese Teufel sind immens stolz auf die Bündnis Banner es wäre ein schwerer Schlag für ihre Moral wenn man sie zerstören würde ich glaube ihr solltet sie verbrennen okay es ist ein Anfang und nun zum Abschluss tötet ihren Anführer Grutznack den Ungeduldigen Grutznack wenn es eine Sache gibt der kein Ork widerstehen kann dann ist es eine Herausforderung stoßt am Tor in das große Horn dann wird er schon herauskommen in der Zwischenzeit mache ich mich auf die Suche nach Verstärkung ich suche nach einem dunkelelfischen Speer an der Ermündung des Passes ich werde die treffen wenn ihr euch um die Banner kümmert nehmt euch vor den Wachen auf den Türmen in Acht was wisst ihr denn über die Anführer der Orks der Widerling nennt sich selbst Grutznack der Ungeduldige ich schätze unter Orks gilt Ruhelosigkeit wohl als eine Tugend ich könnte aber nicht behaupten dass die damit ganz falsch liegen seid nur vorsichtig ich habe gehört Grutznack sei ein zäher Horker alles klar Schia Horker Horker so hier hätten wir noch den Vertrag aber den holen wir dann nebenbei oder wat bam oh fuck oh fuck neee Odin komm zu dir Junge Seelenfalle Kralle Kralle Feuer Feuer Feuerstab zack hinlegen liegen bleiben oh ne so zack der bleibe doch mal lieber kurz auf den Waffen hier so so gehen wir gleich auf den Turm hier hoch stopp Bündnisbanner verbrennen zack 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 oh hier ein Bogen sieht aus der Bogen Eichenbogen 300 oh das ist ja viel mehr kann ich den hier weghauen zack weg weg so ein Bogen können wir auch nicht mal ausprobieren wollen wir mal machen na eine Bogen hebe ich mal für später auf Bogen teste ich später nochmal Sorge weiter hier hier fehlt es hier hier hole ich alles raus was ich habe oh ich hab noch geblockt oder wieder zum gehauen kann ich den noch verzauern ja was soll ich denn Flamme Frost Schock komm krieg da noch einen Schockschaden drauf mit Flammstab mit Schockschaden geil testen ach ha 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 geil das ist geil warm sauer und nichts mehr von ihm übrig so gefällt mir der Stab doch keiner hier? Pech gehabt Bündnisbanner verbrennen wusch Möchte ich auch nicht lesen so noch ein paar Bögen scheiß auf die Bögen was hätte ich mit der Streitkolben hier kann ich nicht nehmen alles klar gehen wir wieder runter gehen wir zum nächsten Banner kurz auf die Map geguckt der ist da oben alles klar und zack stirb aber der Stab der gefällt mir richtig gut jetzt das war eine gute Idee mit dem Schockschaden oh ne hat er mich runtergeboxt der Penner oh stirb und nichts über nur auf Asche sehr schön Bündnisbanner bräh Töte gut schnackt den Ungeduldigen wieso hab ich das grad nicht getroffen die alte Hure zack verbrenne König Versprechen König Gurus Versprechen hiermit seid ihr äh der Vertrag zwischen seiner Mag... bla der Vertrag zwischen der Majestät wer es lesen möchte kann Pause drücken was lesen weil ich möchte gerade echt nicht es ist auch so früh morgens und ich bin noch ein bisschen wie auch immer so in das Horn geblasen ich mehr du Penner das sehen wir ja oh nein oh nein nehmen wir nur die anderen Sachen nochmal da los Grutschnack du Penis ah und zack schwere Magie da verzaubern wir nochmal kurz unsere Hände zack zack so das war Grutschnack der Peniskopf so wo ist jetzt Mausi mit dir sprechen muss ach der Ungene Gaul der Reit war doch schnell Himmel ne tja hui pui na ihr klaut das Eisenerz was will ich haben dafür müsst ihr sterben so er ist tot und du zack 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 hinlegen liegen bleiben Serum der Ausdauer auf Feineisenerz das hätte ich gern danke Gaul und gebe ihm haul abgelumpensäcke ich hab ja Bock jetzt wieder zu prügeln weil sie vielleicht schaue hier noch raus ohne dass die Penner mich ist großartig angreifen ach sieht doch gut aus so da oben ist Mausi hier ist ein Mausi hallo hallo ha 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 blut und feuer ha 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 nun das nenne ich mal ein glückliches Ende es ist ja die Grutschnack ist tot Schorsteine ihr habt es geschafft diese Truppen hörten das Horn und kamen aus Narsis herbeigelaufen da Grutschnack nun weg ist können wir den Rest der Orks in Windeseile hinwegfegen ihr stellt euch nicht ungeschickt an das gefällt mir Dankeschön Quest abschließen Rutschnack Brustpanzer das ist so eindeutig eine Orkrüstung aber die sieht doch ganz gut aus und sieht das meist mal an so was soll's das passt doch zu den Betonen der Scheiß das können wir kurz anlassen ah ihr seid zurück was habt ihr herausgefunden die Orks nennen sich selbst die schwurgebunden denn ihr werdet euch diesen Dokumenten ansehen wollen wollen wir mal sehen was ihr gefunden habt Söldner des Bündnisses ihr habt gut daran getan das zu mir zu bringen Reisender ich sorge dafür dass diese Nachricht gramfeste erreicht Quest abschließen sauer so das waren die Orkigen Orks so meine Freunde das war der meichen Schnitt ein Cut keiniger Cut Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge Tschüss